Ja, zu schön gewesen, um wahr zu sein. Mein Mist erwischt. Müsste sich jetzt wieder voll verhälen. Aber voll hell. Wir haben nur einmal getroffen und sind schon wieder tot. Dafür müssen wir die fünf Herzen jetzt aber sehr gut benutzen. Das erste haben wir ja schon mal übelst benutzt. Das ist ein Mist, 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 Mist. Boah, der hätte uns jetzt töten können. Ah! Ah! Boah, das war... Nein! Scheiße! Okay. Wir haben die fünf Herzen noch ziemlich gut genutzt, finde ich. Im Vergleich zu den drei Herzen davor. Mist, der hat das Schwert nicht aufgeladen gehabt. Boah, habt ihr das gesehen? Alle drei! Ja! Okay, jetzt zumindest zwei. Ja, und jetzt geht's aus. Jetzt geht das da oben aus. Nein! Nein! Mist! Das war der Wirbel, ich hätte nicht loslassen sollen. Nein! Ich hätte es nicht loslassen sollen. Ach, komm her! Nein! 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 Das war jetzt echt knapp. Das war der Erste! So, jetzt wird's wieder leichter. Mit nur zwei... Nein! Scheiße, ein Stein hat mich erwischt! Okay. Also einzutüten ist ja gar nicht mehr so... ...so, ähm... ...selten, finde ich jetzt. Haben wir jetzt schon drei oder vier Mal geschafft. Ah, verdammt! Nein! Mist, jetzt konnte ich mich entscheiden. Feuerball oder Wurm. Und ich hab mich für den Wurm entschieden. Wow! Wow! Wow, der hat mich fast reingeschleudert. Oh, Alter! Nein! Jetzt hat er mich reingeschleudert in den Feuerball, der Scheißwurm. Ich hätte gerne mehr fehlen. Hört ihr das auch? Ich hab keine Ahnung, aber irgendwas tut hier so komisch. Wow! Das war knapp. Schnell weg hier! Ah, Mist, ich hätte nicht nach vorne laufen dürfen. Schon wieder wegen dem Wurm drin. Nein, 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 nein. Verdammt! Okay. Ah, ich glaub, das sind meine Haare, die knistern. Ich hab sie scheinbar irgendwie blöd, äh... ...eingeklemmt unter den Kopfhörer im Moment. So. Keine Ahnung, wo die das schaffen. Meine Haare knistern. Aber jetzt ist es weg. Ach, vielleicht rutschen die einfach nur und es gibt dieses komische Geräusch. Ah, Mist, ich... Ah, Mist, ich... ...ah... 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 war knapp. Ah, scheiße! und in den Wurm gelaufen, statt in den Feuerball wieder mal. Ich muss sagen, das ist echt schwer. Komm schon, komm schon. Ja, die erste und wir haben noch alle fünf Herzen von unserer Leidmiss. Ich hab's verschrien. So, komm schon. Was? Okay, zweieinhalb Herzen hab ich noch. Nein. Zwei. Ah, verdammt. Dabei sind die Herzen gar nicht, äh, die Steine gar nicht so schlimm, sondern das Schlimme ist der Feuerball. Der Zweite ist tot. Nein! Verdammt. Wir hatten gerade den Zweiten getötet. Das wär's noch ein Fall gewesen für uns. Verdammt. Was? Missed. Scheiße, gehen wir in die Steine rein Zum Glück haben wir noch eine Fee Es kommt... Aua Kommission Mist. Ah. Ja, das war, also das war wieder ein Fail. Komm schon, ich will das schaffen. Okay, den habe ich etwas getroffen. Mist. Auch den habe ich noch ein bisschen getroffen. Okay, da habe ich jetzt nur einen getroffen, habe dafür aber ziemlich viel Fläge kassiert. Ja, und hier habe ich zwei getroffen, der zweite hat mich in seinen eigenen Stein geschleudert. Ist ein Scheiß. Nein. Verdammt, wenigstens war es der Stein, glaube ich zumindest. Ja, der erste Sinn. Jetzt wird es wieder einfacher. Habt ihr das gesehen? Das war so knapp. Das war der zweite. So, jetzt machen wir nochmal schnell Licht. Das blöde ist, ich kann hier nicht speichern. Weil die Feuerwehr nämlich sonst töten würden. Verdammt. Das war sein eigener Stein, glaube ich. Alter, der schießt ja jetzt in alle Richtungen. Aber sowas von. Okay, der letzte, der ist echt abgegangen. Puh, bei dem muss ich aufpassen. Bei dem letzten werde ich wahrscheinlich Bomben hernehmen. Au. Ist nicht ganz so gefährlich. Das ist, hallo. Das kann es doch nicht sein, oder? Mal kurz flammern. Nein. Nein. Jetzt wurde ich erwischt. Nein. Mist. Ah, gut. Wir haben noch eine Fee. Das muss ich sagen, weil wir jetzt ziemlich gut haben. Wir haben jetzt den noch erwischt. Bisschen. Mist. 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 Oh. 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 b Ah. Oh. 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 Ey, komm, komm her. Oh. Oh們. Oh. What das hat kommen. Oh. Oh, oh. 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 was an ab wie lange spielen wir schon gegen dieses boss hat das wird eine ganze folge oder was da waren wir gerade so gut drauf erstmal spieler denn und dann den spielstand laden so jetzt aber jetzt kommt schon verdammt jetzt hat er uns einmal getroffen knapp scheiße ich habe gerade den wirbel angefangen hätte ich wahrscheinlich jemanden erwischt und wäre weggestoßen worden aber nein die scheiß feuerkugel muss schneller sein das war jetzt so mist da habe ich nicht so ganz auf den feuerball geachtet scheiße da hat mich jetzt der stein erwischt und da hat mich nein da kommen mein herz nur noch ja der erste ist wieder tot jetzt werden wir es mit einem halben leben schaffen so wie sonst auch immer oder ok nein haben wir nicht da war ich zu weit vorne schon wo kommt der nächste hier kommen alle drei scheiße da habe ich gerade noch den stein gesehen wo so gleich hier das licht aus ich darf mich nicht immer darauf verlassen dass ich mich weg schieße sondern ich muss auch ein bisschen ausweichen nein jetzt hat mir der untere den stein ins herz geschossen ich werde doch nicht geladen perfekt nein Mist jetzt hat mich einer getroffen ja und da hat mich der untere stein getroffen nein ach Mensch scheiße und schon nur noch ein halbes herz oh geil habt ihr das gesehen wenn das nicht mal ein geiler move war oh scheiße aber das war es dann auch schon und ich habe gesagt